Hallo, Carlos. Ich mache dir einen besonderen Kaffee. Zuhause abgefüllt habe ich Zikore Getreidekaffee, Kakao und Milch. Dazu schüttel ich jetzt schon mal die Milch, während das Wasser da hinten auf dem Tisch kocht. So, jetzt kocht, das nehme ich schon nicht mehr beiseite. Wunderbar. Ein bis zwei Löffel Kakao. Einen großen Löffel Getreidekaffee. Zikorei. So, und jetzt bildet sich ein bisschen Milchschaum hier oben drauf auf dem Glas. Und den gieße ich mir jetzt in den Kaffee. So, jetzt hört der Milchschaum auf, den Rest gieße ich nicht rein. Seht ihr, was ich meine? Es ist schön schaumig. Und wenn ich möchte, nehme ich eine Prise und dekoriere mir nochmal. Weil das Auge isst und in diesem Falle trinkt ihr auch mit. Also dann gehts ans Genießen. Auf die gute Gemeinschaft in dieser Community. Also dann. Zum Wohl. Und wer mag, genießt etwas dazu. Ich habe mir heute mitgebracht Chalva mit Pistazien. Leider auch wieder Müll. Aber so haben wir es halt bekommen. Chalva mit Pistazien. Und das schmeckt gut. Und jetzt.